Wir kehren wieder zurück, das ist schon cool, ja? Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute sprechen wir über den Gimbal von Faiutec und zwar den AK2000S, der Nachfolger des 2000. Was sich daran getan hat, was Verbesserungen, vielleicht auch Verschlechterungen sind, das siehst du jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Disclaimer vorab, dieser Gimbal wurde mir von Faiutec zur Verfügung gestellt, damit ich den Test und das Review durchführen kann. Vielen Dank an dieser Stelle, aber ich darf meine Meinung frei äußern. Das heißt, alles was ich gut und nicht so gut finde, wirst du auf jeden Fall in diesem Video hören. Wir fangen mal an, ich habe ihn gleich hier aufgebaut, er wurde jetzt noch nicht eingeschaltet. Ihr seht, ich habe ihn ausgerichtet, dass er einigermaßen gerade mit der Kamera ist. Das heißt, drauf habe ich jetzt die Fuji X-T2 mit einem Festbrennweitenobjektiv, 23 mm. Das ist jetzt nicht mega schwer, aber so die Kombination in etwa, die ich auch ganz normal zum Video drehen oder auch fotografieren auf dem Gimbal benutze. Sonst habe ich dort drauf die Sony, die filmt mich gerade mit dem 28er. Ich habe auch andere Kombinationen schon durchprobiert, wo es schon deutlich mehr an die Grenzen ging, aber darauf kommen wir gleich später noch zu sprechen. Ich schalte ihn mal ein, eingeschaltet wird er hier rechts an der Seite und laut Fiotex Angaben innerhalb von zwei Sekunden ist er hochgefahren und einsatzbereit. Und wie du siehst, geht das recht schnell. Also am Set, wenn es schnell gehen muss, ist er doch schnell hochgefahren, schneller als meine Sony zumindest einsatzbereit und demzufolge auch sehr snappy und sehr responsiv. Ausschalten geht natürlich genauso schnell. In den Modis gibt es vier verschiedene, die du grundsätzlich einstellen kannst. Es gibt den Pan-Modus, das ist der Schwenk-Modus. Es gibt den Pan- und Tilt-Modus, das ist der Schwenk- und Neig-Modus, das heißt in zwei verschiedene Richtungen. Und dann gibt es den All-Follow-Modus, das heißt es ist ein Mix aus allen und der Gimbal errechnet, wie du dementsprechend stabilisiert werden sollst. Und ersetzt gibt es den Lock-Modus, da ist es dann egal, in welche Richtung du den Gimbal bewegst, dann wird sie die ganze Zeit auf den Horizont stabilisiert, egal wie du dich drehst und bewegst. Du siehst hier das große Display, das gab es auch schon bei dem Vorgänger, da hat sich nicht so viel getan, aber es hat sich an der Haptik eine ganze Menge getan und was du im Lieferumfang dazu bekommst. Das Unboxing zu diesem Gimbal habe ich auf meinem Instagram-Kanal geteilt als IGTV, das kannst du gerne mal anschauen, der Link zu meinem Instagram-Kanal steht unter diesem Video. Was hat sich getan zum Vorgänger? Optisch fangen wir mal an. Zum einen natürlich ganz auffällig der Griff hier unten, ich drehe ihn mal ein bisschen, dass du das sehen kannst. Das hat sich auf jeden Fall getan, vorher gab es hier so eine Gummi-Kunststoff-Mischung, ich finde die Holzoptik zum einen sehr edel und zum anderen fasst dich das einfach noch ein Ticken besser. Das Ganze ist natürlich komplett aus Metall gefertigt, du hast eine sehr, sehr hochwertige Verarbeitung, da knarzt nichts und da knickt auch nichts weg, fasst dich sehr gut an. Auch der Griff in der Advanced-Version, die ich hier auch habe, fasst dich super gut an, hat ja auch eine sehr edle Gummierung hier, also fasst dich alles andere als billig an, sehr, sehr gut. Hier unten habe ich noch ein Dreibein-Stativ, das ist auch nur in der erweiterten Version dabei, finde ich sehr praktisch, also wirklich mega gut, dafür kannst du den Gimbal ja wirklich vielseitig dann einsetzen. Du kannst ihn nicht nur abstellen, sondern du hast auch eine Verlängerung als Bein unten dran, also richtig geil. Allein deshalb lohnt sich schon die Advanced-Version, finde ich. Dann hast du jetzt keinen wechselbaren Akku, das ist so ein bisschen Fluch und Segen, finde ich zugleich. Zum einen könntest du mehrere Akkus mitnehmen und dann vor Ort einfach wechseln, zum anderen hast du hier aber die Möglichkeit, einerseits USB-C-typisch an der Seite zu laden und zum anderen hast du eine sehr, sehr lange Ausdauer, also Firetec gibt an bis zu 14 Stunden Betriebszeit, das ist eine ganze Menge, das erreichst du wahrscheinlich mit normalen Wechselakkus nicht, dann müsstest du dann eben die Akkus tauschen. Für mich geht das völlig in Ordnung, du kannst hier auch eine Powerbank hier anschließen, um den Gimbal länger zu betreiben, je nachdem, was du für Möglichkeiten hast und wie du ihn einsetzt. Du kannst den Akku nicht wechseln, das bedeutet, wenn der Akku kaputt ist, wirst du wahrscheinlich den ganzen Gimbal zur Reparatur einschicken müssen. So ein bisschen Trade-Off, aber okay, das ist sowieso der Trend, dann Gimbal-Generationen, die jetzt nachkommen, ja. Dann ist der Gimbal sehr kompakt, das heißt, wenn er zusammengebaut wird und ausgeschaltet ist, ist er nicht größer als eine A4-Seite, das ist richtig heftig, das heißt, er passt wirklich in jede Tasche, wenn du ihn nicht in seinem Case transportierst, du kannst ihn in fast jeden Rucksack noch mitpacken. Das ist richtig krass, also wenn du da noch diesen Arm hier abmachst und hier unten das Dreibeinstativ, dann ist er wirklich sehr kompakt und sehr klein. Neben der tollen Verarbeitung hast du natürlich die Möglichkeit, auch die Scharniere zum Einstellen einzeln zu arretieren. Auch das ist wieder für den Transport sehr gut, damit der Gimbal nicht einfach kaputt geht. Und zum anderen kannst du das Ganze nutzen, um ihn gut zu arretieren, wenn du die Kamera draufstellst das erste Mal und den Gimbal einstellst. Das gilt, wie gesagt, für jeden einzelnen Arm. Zum Schluss würde ich den hier unten dann immer machen, ich würde hier oben beginnen. Dann gibt es verschiedene AK-Swiss-fähige Schnellwechselplatten für hier oben. Ich habe jetzt hier die längste drauf gemacht, es gibt aber auch noch andere Versionen. Und natürlich solltest du auch die Kamera mit einem Kabel dann anschließen, damit du die Funktionen hier unten im Display nutzen kannst. Dann habe ich mir auch standardmäßig meinen Gimbal-Griff hier fest dran verbaut, den lasse ich auch dran, weil ich ihn einfach super gern benutze. Auch im normalen Schwenkmodus ist es richtig entspannt für mich, ihn mit zwei Händen an zwei verschiedenen Punkten anzufassen. Dann gibt es hier das Steuerkreuz-Display. Hier gibt es drei Tasten zur Aufnahme, zum Video- und Foto-Modus, zum Wechseln und hier auch nochmal eine Auswahlmöglichkeit mit der Taste. Hier gibt es ein großes Drehrad, das hat eine richtig gute Haptik, hat auch einen sehr tollen Widerstand. Das kannst du drehen in zwei Richtungen, wie du siehst, neigt sich die Kamera. Du kannst einmal reindrücken, dann übernimmt es dir eine andere Funktion, und zwar den Schwenkmodus. Und wenn du ein drittes Mal reindrückst, ist es in diesem Neig- und Schwenkmodus. Das heißt, du kannst schräg filmen, schräg fotografieren und kannst es noch ein bisschen feiner einstellen. Und drückst du ein drittes Mal drauf, geht er wieder zurück in diesen Modus. Daneben gibt es, wie gesagt, den Anschluss für den USB-C-Ladeport und drüber gibt es die Sperr- und Ein- und Ausschalttaste. Wenn du den Gimbal benutzt, der ist eingeschaltet und drückst einmal drauf, ist das Display gesperrt und es kann nichts mehr passieren. Du kannst den Gimbal quasi frei verwenden und du kannst nochmal abrutschen und draufkommen. Passiert nichts. Wenn du nochmal drauf drückst, ist es wieder freigegeben. Und hier auf der Vorderseite gibt es einen pistolenähnlichen Knopf nochmal, wo du, wenn du zweimal drauf drückst, automatisch zurück in den Normalzustand gehst. Das heißt, der Gimbal kehrt automatisch zurück zu dieser Funktion. Ich zeige dir das mal. Jetzt richte ich dir die Kamera wieder gerade aus. Also ich neige den Gimbal ein bisschen mit der Kamera so. Zweimal drauf gedrückt und er fährt ganz smooth wieder zurück in die Ausgangslage. Finde ich sehr cool, gerade wenn du am Set bist, vor Ort on Location und wechselst ein bisschen die Funktion, wechselst ein bisschen in Perspektive und möchtest wieder normal zurückkehren, um vielleicht gerade drauf zu halten. Zweimal drauf drücken, bis zurück. Sehr geil, mag ich sehr. So, dann hast du ja wie gesagt ein Touch-Display. Das habe ich dir ja vorhin schon erwähnt. Und zwar startest du immer mit Karte 3. Karte 3 bedeutet, du siehst alle Schwenkmodi, die du einstellen und direkt anwählen kannst. Seite 2 bedeutet ISO-Einstellung, wenn du die Kamera angeschlossen hast und sie wird unterstützt. Und links noch einmal die Belichtungskorrektur. Und Seite 1 ist die Einstellung für den Weißabgleich. Du kannst auch weiter reingehen. Hier kannst du zum Beispiel den Inception-Modus einstellen, den Motion-Timelapse. Da kannst du dann die Kamera sehr fein dafür justieren bzw. den Gimbal so einstellen, dass er die Bewegung dementsprechend so vollführt, wie du das möchtest. Inception-Modus bedeutet, der Gimbal dreht die Kamera quasi in einem Kreis. Das kannst du einstellen für einmal, linke Richtung, rechte Richtung oder unendlich in jeweils die linke oder rechte Richtung. Du kannst ja auch sehr praktisch nicht nur den Portrait-Modus, sondern auch den Selfie-Modus aktivieren und da dreht sich die Kamera zurück. Das finde ich ziemlich cool für alle Vlogger oder Blogger, die die Kamera mal dabei haben wollen, aber keine genügende Stabilisierung in der Kamera oder im Objektiv intern haben. Die können den Gimbal ja dann einfach so umdrehen lassen. Finde ich sehr praktisch. Ich weiß nicht, wie oft ich das selbst benutzen werde, aber dass ich es an Bord habe, werde ich auf jeden Fall das ein oder andere Mal mit benutzen. Wir kehren wieder zurück. Das ist schon cool, ja. Und du kannst natürlich aber auch dem Gimbal sagen, ich möchte Anfangspunkt A und Endpunkt B festlegen und dann bewegt er quasi immer wieder den Gimbal von vorn an die Anfangs- bzw. Endposition. Und du kannst ihn frei Hand auch über dieses Steuerkreuz, über den Joystick-Manültig frühen. Und das siehst du hier. In diesem Karten-3-Modul bekommst du auch die Geschwindigkeit ein bisschen angezeigt, indem er dir mit einem Pegel zeigt, wie viel du angesteuert hast. Also geht der Pegel ganz nach oben, ist es sehr schnell. Und hast du nur ein bisschen Pegelausschlag, dann ist es dementsprechend langsam. Kommen wir nur zur Belastungsmöglichkeit. Und zwar gibt Firetec an, dass der Gimbal mit ungefähr 2,2 Kilogramm maximal belastet werden kann. Ich meine, in Zeiten, wo wir immer weniger Spiegelreflexkameras benutzen, ist es weniger ein Problem. Aber auch eine Systemkamera kann mit beispielsweise einem 35mm Objektiv, Blende 1.4, dann doch recht schwer schon daherkommen. Und ich habe das mit meiner Sony ausprobiert und das wird dann schon, ja, es geht noch, aber es ist dann schon langsam grenzwertig von der Belastungsmöglichkeit her. Wenn du jetzt ein 100er Makroobjektiv ranmachst, das habe ich auch schon gemacht, da wird es dann schwierig eher, was den Abstand angeht zu diesem Schwenkmotor. Nur, denn du kannst dann die Kamera meistens nicht mehr frei bewegen, wenn sie zu nah dran ist. Je nachdem, was du machen möchtest, wenn du es nur in eine Richtung stabilisiert haben magst, geht das vielleicht. Aber wenn du die Kamera komplett frei bewegen möchtest, dann ist es schwierig, dann solltest du aufpassen, dass du dein Equipment auch nicht kaputt machst damit. Dementsprechend prüfe im Vorfeld, bevor du die Kamera endgültig draufbaust, ob das auch von der Größe und vom Gewicht her passt. Aber wie gesagt, heutzutage, wo Systemkameras größtenteils nur noch verwendet werden oder immer mehr auf dem Markt den Platz einnehmen, dann wird es immer leichter, auch für die Gimbal dementsprechend die Kameras zu stabilisieren, weil sie ja leichter sind und kleiner. Du kannst diesen Gimbal nicht nur sehr gut konfigurieren, wie ich es vorhin gesagt habe, sondern auch perfekt auf deine Kamera anpassen. Das heißt, du kannst, wenn du die Kamera angeschossen hast und sie wird unterstützt, hier auch deine Kamera dementsprechend mit dem Gewicht einstellen, du kannst die ISO einstellen, du kannst Aufnahme- und Stopp-Modus einstellen mit einer Taste, du kannst die Belichtungskorrektur einstellen, du kannst den Weißabgleich einstellen und, und, und. Bis auf die Blende, die kannst du leider nicht einstellen, das finde ich ein bisschen schade. Anschlussseitig kannst du deine Kamera vorn und hinten auf der Stativplatte anschließen. Hier gibt es USB-A und USB-C als Anschlüsse, je nachdem, welchen Anschluss du brauchst und welchen du möchtest. Was ich noch sehr toll finde, das habe ich vorhin nur angerissen, ist dieser Griff hier hinten. Denn damit kannst du auch tiefe Perspektiven, also im sogenannten Slang-Mode, so wie es heißt, professionell oder im Schlingen-Modus, botentiefe Aufnahmen machen. Das finde ich richtig geil, das geht mit dem Gimbal, wenn du nur einen Griff hier unten hast. Sehr, sehr schwer, da brauchst du echt viel Übung, damit du deine Kamera nicht crasht. Mit diesem Griff ist es viel einfacher, du kannst den Gimbal quasi so tragen, nach unten, und kannst die Kamera quasi nach vorn schwenken. Finde ich sehr geil, allein deshalb lohnt es sich, wie gesagt, dieses System zu holen. Und du kannst den Gimbal ganz einfach auf dein Stativ draufschrauben. Er hat zwei verschiedene Gewindemöglichkeiten zum Anschluss und das sollte bei den meisten Stativen da oben drauf auch passen. Finde ich sehr cool, denn da kannst du auch tolle Kamerafahrten machen, die ganz ruhig sind. Ja, gerade in Landschaften oder bei Portrait-Sachen, on Location, wenn es denn geht, finde ich, ist das eine tolle Möglichkeit. Der Akku hält ungefähr 14 Stunden, laut Fiotech. Verbaut sind die neuen Hochgeschwindigkeitsmotoren, die zahnradfrei sind. Das heißt, sie arbeiten ohne Unterbrechung, sind sehr smooth in ihrer Bewegung und sind auch sehr reaktionsschnell. Fiotech gibt an, dass der Gimbal 20.000 Algorithmusberechnungen pro Sekunde durchführt, um sehr smooth, sehr reaktiv auf deine Reaktion reagieren zu können. Das sind so Details, die ich jetzt nicht nachmessen kann, aber ich kann sagen, dass er sehr reaktiv ist und dass er eigentlich auch auf jede Bewegung sehr smooth und je nachdem, wie es eingestellt wurde, auch reagiert. Und das eigentlich ohne Probleme, auch ohne Verzögerungen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, wenn du ihn über den Joystick hier sehr langsam, sehr, sehr langsam bewegst, dann neigt er zum Haken. Sobald er sein Tempo gefunden hat, geht das auch ohne Probleme, aber sobald du ein bisschen gegensteuerst und etwas langsamer bewegen möchtest, fängt er an, ein bisschen zu stottern. Das siehst du so in live auch kaum. Ich habe es aber in Videoaufnahmen gesehen. Das heißt, die langsamste Einstellung ist ungeeignet, wenn du Videos aufnimmst. Also wenn du jetzt nur eine feine Einstellung deiner Position machen möchtest, dann ist es natürlich egal. Aber wenn du gerade eine sehr finale Aufnahme hast, dann kann das dann schon stören. Das solltest du auch im Vorfeld wissen. Natürlich lässt sich auch die Kamera hier oben drauf auch im Hochformat benutzen. Das heißt, für alle Social Media Leute, die gern für Social Media, für Storys oder für Beiträge in den Netzwerken Videos erstellen wollen oder Fotos, die können ihre Kameras auch hier im Hochformat drauf arretieren. Geht auch ohne Probleme, habe ich schon ausprobiert. Das Einzige, wo du aufpassen solltest beim Hochformat filmen und arretieren, ist, dass du wirklich sehr genau, sehr penibel die Kamera ausbalancieren musst, weil hier zum einen das Auflagermaß sehr klein ist und zum anderen sich auch das Gewicht sehr schlecht verteilt. Querformat geht es deutlich, deutlich besser. Das ist meine Empfehlung so an dich. Also wenn du das Ganze im Hochformat benutzen möchtest, arretiere es sehr gut und dann wird es auch ohne Probleme funktionieren. Kommen wir zum Fazit. Also lohnt sich der Gimbal und für wen ist er geeignet? Ich denke, für den Preis von knapp 400 Euro, er liegt sogar teilweise ein bisschen günstiger, je nachdem wo du ihn kaufst, ist es ein Gimbal, der sehr viel mitbringt, der sehr viel an Equipment dir zur Verfügung stellt und eine ganze Menge Möglichkeiten dir bietet. Ich finde, der Preis ist nicht zu überteuert. Ich finde, der Preis liegt auch ungefähr bei dem, wo der DJI Ronin liegt. Also dementsprechend auch angemessen. Aber es ist natürlich immer noch viel Geld, wenn du nicht weißt, was du damit machen sollst. Und die Zielgruppe hier liegt ja ganz klar auf den Videografen und vor allen Dingen den ambitionierteren, vielleicht sogar den Profis. Denn der Gimbal bietet nicht nur viele Funktionen, sondern ist sehr gut verarbeitet, hat tolles Equipment mit dabei. Du hast eine lange Ausdauer von 14 Stunden. Du hast wirklich vielseitige Möglichkeiten, allein mit den Einstellmodis, die du hier machen kannst. Also er bietet sehr, sehr viel und wer damit nur ein bisschen rumspielt zu zwei, dreimal im Jahr, für den ist er glaube ich nichts. Ich glaube, er richtet sich schon mehr an die ambitionierteren Filmer oder Filmerinnen, die deutlich mehr machen wollen und die noch mehr aus ihren Videos rausholen wollen. Ich meine, das Stabilisieren ist ja das eine. Wir haben inzwischen in den Kameras und Objektiven sehr gute Stabilisatoren verbaut, je nachdem, was du für ein Equipment nutzt. Aber natürlich bietet es nochmal die Möglichkeit, im Laufen, im Gehen, Schwenkmodus und so weiter nochmal viel mehr rauszuholen, als es immer aus der Hand zu machen. Und das spreche ich sehr aus Erfahrung, denn ich habe sehr viel bereits an Videos produziert, die ich komplett frei aus der Hand gedreht habe. Das geht, aber es birgt auch viele Tücken, gerade wenn du etwas wiederholen möchtest und der Kameraschwenken nicht so einfach zu wiederholen geht. Das sind so die Schwierigkeiten, da wünsche ich mir dann auch einen Gimbal oder einen Slider, einfach um es reproduzierbar machen zu können. Und dessen solltest du dir bewusst sein. Das heißt, wenn du jetzt nicht weißt, ob er was für dich ist, schau mal, ob vielleicht ein Kumpel oder eine Freundin im Freundeskreis, Bekanntenkreis sowas hat. Mal ausprobieren, in die Hand nehmen, gucken, ist das was für dich. Und ganz wichtig, beschäftige dich länger damit. Also das ist nicht vergleichbar wie mit einer Kamera, die nimmst du in die Hand und weißt dann, wo die Blender einzustellen geht. Ja, wo wird die ISO eingestellt, wo sind die dementsprechenden Funktionen, wo du recht schnell reinkommst. Das ist was anderes hier. Also in der Benutzung brauchst du hier deutlich länger, finde ich, um herauszufinden, ist es was für dich. Allein mit den Modis, die hier möglich sind und in Kombination mit deinem Equipment, ganz wichtig, solltest du das ein bisschen probieren. Also probiere ihn aus und dann wirst du auf jeden Fall wissen, ob er was für dich ist oder nicht. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen in diesem Video. Und wenn du Fragen zum Gimbal hast, dann schreib sie gerne unter dieses Video. Wenn ihr Erfahrungen mit diesem Gimbal oder mit einem anderen Gimbal habt, schreib sie mir bitte auch gerne unter dieses Video. Lasst uns ein bisschen austauschen, da freue ich mich wieder drauf. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hier, abonniert meinen Kanal und in diesem Sinne bis zum nächsten Video und tschüss. Bis zum nächsten Mal.